Moin zusammen Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Danke schön, herzlich willkommen und herzlichen Dank an alle, die mir per Instagram, folgt mir dort gerne mal, ein Dokument, nämlich eben dieses hier zugesendet haben. Ich kann da nicht allen antworten, weil ich zu viele Nachrichten bekomme. Nichtsdestotrotz, ich lese jede Nachricht, die mir gesendet wird. Dementsprechend nochmal vielen Dank an alle und folgt mir dort gerne. Wie gesagt, hier geht es um dieses Dokument, das wohl ein echtes Dokument sein soll. Das ist von der Wohnungsgenossenschaft Die Poldiswalde in Sachsen. und mittlerweile hat die BILD darüber berichtet, mittlerweile gibt es einen Artikel darüber bei MSN und dementsprechend, denke ich mal, können wir von der Echtheit dieses Dokumentes ausgehen und da gehen wir gleich genauer drauf ein. Hier heißt es, erster Vermieter dreht am Hahn. Warmwasser nur noch zu bestimmten Zeiten. Auch die Heizungen in 600 Wohnungen bleiben bis zum Herbst kalt. Leute, das sind die Verschwörungstheorien 2.0. Das kann man sich nicht mehr vorstellen, was in unserem Land los ist und hier passiert. So heißt es hier. Per Aushang neben der Haustür informierte sie die Vermieter, also diese Wohnungsgenossenschaft, das Warmwasser ab sofort nur noch morgens 4 bis 8 Uhr, mittags 11 bis 13 Uhr und abends von 17 bis 21 Uhr fließt. Zitat heißt es dann hier von dem Genossenschaftsvorstand, Falk Kühn-Meisegeier. Es geht nicht darum, die Mieter zu ärgern, sondern sich auf das einzustellen, was wir im nächsten Jahr vielleicht sonst nicht mehr bezahlen können. Da haben doch wirklich Leute nicht mehr den Schuss gehört, oder? Das ist das besagte Dokument, wie gesagt, mir auch zugesendet worden von vielen von euch. Danke nochmal. Und hier steht es wirklich klipp und klar drin. Sehr geehrte Mitglieder, die Preise für Gas und Strom steigen weiter. Wie in der Mitgliederversammlung schon angekündigt, müssen wir jetzt für den Winter sparen. Aus diesem Grund wurde die Firma sowieso damit beauftragt, kurzfristige Betriebszeiten für Heizung und Warmwasser wie folgt anzupassen. Das ist auch gut ausgedrückt. Heizung komplett aus bis September. Okay, wir haben einen ganz guten Sommer. Ihr seht, das ist jetzt im T-Shirt, ist auch ordentlich warm. Alles gut. Aber ist das wirklich in Deutschland bis zum September so? Ich bin gespannt. Man kann es wirklich nur hoffen. Warmwasser gibt es dann Montag bis Sonntag nur noch morgens. 4 Uhr bis 8 Uhr. Montag bis Sonntag 11 bis 13 Uhr. 17 bis 21 Uhr Montag bis Freitag. Und jetzt überleg doch mal. Nehmen wir mal an, jetzt gibt es jemanden, der Schichtarbeit macht. Je nachdem, wenn das mit den Arbeitszeiten ein bisschen korraliert. Was soll denn sowas? Und natürlich, das war jetzt bezogen auf Arbeit. Man muss ja noch viel krasser an dieser Stelle die Frage stellen. Kann es denn sein, dass wir ein Grundrecht wie dieses versagt bekommen? Ich finde das ganz krass. Samstag und Sonntag finde ich auch richtig heftig. 16 bis 21 Uhr. Also, was hier abgeht, ist wirklich nicht mehr normal. Aber bei unserer geliebten Ampelregierung ist das unsere Realität, unsere Normalität, in der oder an die wir uns gewöhnen müssen, in der wir leben. Das ist doch unfassbar. Ja, eine Mieterin sagt dann hier, die Mareike, Zitat, So was soll es, hörte ich von Oma nur nach dem Krieg gegeben haben. Ich weiß nicht, wie ich meine kleine Tochter waschen soll. Und das ist die Realität. Der Rentner hier, dann gehe ich eben zu meiner Tochter duschen. Tja, wenn das die Lösung ist, der Florian hier vom Mieterverein sagt, wir haben derzeit keine Notsituation, es gibt Gas. Gegen diesen schweren Mietmangel könnte man mit Mietminderung vorgehen. Würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, hier anwaltliche Unterstützung einzuholen und gegebenenfalls wirklich die Miete komplett, um drastische Euros monatlich zu kürzen, wer da betroffen ist. Nur, davon wird das Wasser auch nicht warm. Das ist doch die Realität. Das ist doch das Schlimme daran. Aber schreibt jetzt gerne mal eure Meinung unten rein, was ihr davon haltet und wie ihr euch verhalten würdet. Ja, aber geht's weiter. Hier wird jetzt eine ähnliche Kerbe geschlagen. Und eigentlich hat man ja immer wieder so ein ganz gutes Bild von dem Kubicki, meine ich natürlich, von der FDP, dass er sich sehr kritisch äußert und alles. Und jetzt kommt aber hier so unterbewusst, wir duschen zu warm. So empfinde ich das persönlich. Dann heißt es nämlich hier, Zitat, ich dusche überwiegend kalt. Kubicki und Union kritisieren die Ampel-Energie-Politik. Ja, und wisst ihr, Kubicki ist doch eigentlich nur dafür installiert in diesem ganzen Ampel-Koalitionssystem, um die FDP-Wähler so ein bisschen zu beruhigen, zu relativieren. Ja, ist doch alles nicht so schlimm, wir kriegen das schon hin. Gut, dass die FDP da ist, sonst wäre alles nur noch schlimmer. Nebenbei gesagt, ich glaube, da hat er wirklich recht, aber die FDP macht meiner Meinung nach einfach viel zu viel mit, sodass wir in einer ganz schlechten Situation sind, in der wir ja nicht sein müssten. Denn, ich habe das gestern auch schon im Video gesagt, ich bin ja jetzt nicht müde, in den nächsten Wochen das häufiger zu sagen. Robert Habeck ist in dem System der Ampel dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass wir eben diese Situation, die wir haben, nicht haben. Und ja, ich kann hier gerne Verbesserungsvorschläge einbringen. Natürlich, ist doch kein Problem. Nord Stream 2, aktivieren. Ganz einfache Nummer, ganz schnell erledigt, Verträge geklärt. Zack. Ne Pipeline, zack, einfach straight. Was soll das? Warum nicht? Das muss gesagt werden, ganz klar. Zweitens, AKW-Abschaltung zum Ende des Jahres für drei Meiler direkt, ja, canceln. Die müssen weiterlaufen, definitiv. Und ja, sie sind auch nach Ende des Jahres noch sicher. Es ist ja nicht so, dass es einfach in der Realität so aussieht, wie sie behaupten. Am 31.12. sind die noch sicher. Und am 01.01., oh, jetzt sind die gefährlich. Jetzt müssen wir sie abgeschaltet haben. Ist doch Bullshit. Ist doch absoluter Unsinn. Und der TÜV hat mittlerweile ja auch bestätigt, dass das Quatsch ist. Man kann sie laufen lassen. Drittens, alte AKWs wieder hochfahren. Ich weiß, das dauert eine gewisse Zeit, aber dann kann man jetzt ja in dieser Zeit hingehen und schon mal Brennstäbe besorgen. Warum nicht? Wo ist das Problem? Vierter Punkt. Vierter Punkt ist die Steuer. Massive Steuersenkungen auf Energie in Deutschland. Sei es Benzin, sei es Öl, sei es CO2-Steuer, die gestrichen werden muss, sei es EEG-Umlage, die jetzt weggefallen ist und dass da keine Neuerung kommt oder ähnliches, etc. Hier müssen Einsparungen passieren, damit sich der normale durchschnittliche Bürger weiterhin Energie in diesem Land leisten kann. Aber ich befürchte, von meinen Appellen, die ich jetzt hier geäußert habe, werden keinerlei umgesetzt. Im Gegenteil, da heißt es Frieren für Punkt, Punkt, Punkt. Füllt ein beliebiges Wort ein, das den Grünen gefällt und dann passt das schon. Ich finde es unfassbar. Schreibt eure Meinung unten rein. Gucken wir aber noch, was genau der Herr Kubicki hier sagt. Zitat, ich dusche überwiegend kalt. Insofern kann ich das vielen Menschen empfehlen. Man isst auch frisch morgens und wenn man kalt geduscht hat, sagt er hier. Und ich kann mich da gar nicht freisprechen. Ich dusche auch sehr gerne und überwiegend eigentlich kalt, besonders nachdem ich gejoggt bin. Dann ist das für mich, für meinen Körper eine Erfrischung. Aber das muss ja nicht bedeuten, dass das für jeden so ist. Das würde ich doch nie im Leben mich hier hinsetzen. So, jetzt hört mal auf, warm zu duschen. Keine fünf Minuten mehr duschen. Wer mehr als fünf Minuten duscht, ist irre. Und kalt duschen ist das Beste, was es gibt. Das ist doch Schwachsinn. Da ist doch jeder Mensch anders eingestellt. Manche Leute sind eine Frostbeule, manche einfach nicht. Wenn ich abends auf der Couch liege, auch bei aktuellen Wetter und Temperaturen, oftmals liege ich da mit der Decke. Soll mir das jetzt auch verboten werden oder was? Das ist doch ein absolutes Irrenhaus. Das ist doch totaler Unsinn. Wenn ich das doch möchte, wenn das meinem Körper gut tut, dann mache ich das. Ich bin doch alt genug und selbstbestimmt genug, dass mir genug Steuern jeden Monat von dem Finanzamt eingezogen werden. Aber auf der anderen Seite soll ich über meine Duschtemperatur nicht frei entscheiden. Und wie lange ich dusche? Herr Habeck, oder was? So, und dann sagt er hier weiter, grundsätzlich seien Duschtipps aber politische Folklore, sagt Kubicki. Sie trügen nicht zur Bekämpfung des Problems bei. Stattdessen plädiert Kubicki für mehr Förderung von Gas und Öl in der Nordso, für Fracking und längere AKW-Laufzeiten. All das will Robert Habeck nicht. Ja, muss man sich mal darüber nachdenken, wer uns da wirklich regiert. Das ist unfassbar. Aber genauso unfassbar sind die Umfragewerte. Leute, diese Umfragewerte sind wirklich krass. Und es ist nicht nur bei ein oder zwei Meinungsforschungsinstituten so, dass die Grünen sehr gut dastehen. Es ist durch die Bank weg bei allen. Also steckt ein Fünkchen Wahrheit drin, dass die reichen, gut verdienenden grüne Wähler offensichtlich diese Politik möchten. Wir gucken mal rein. Die Welt berichtet, Union baut Vorsprung aus. Ampelparteien rutschen unter 50 Prozent. So, und wenn wir jetzt hier uns das Ganze angucken, ist eine Insaumfrage, die gemacht wurde. Und da sehen wir nämlich hier CDU, CSU, 28 Prozent. Und ich habe gerade vor ein paar Tagen, ich glaube hier über Forschungsgruppe Wahlen am 1.7. berichtet, 27 Prozent. Also fast gleich. Dann sehen wir, SPD war dort deutlich stärker, 21 Prozent. Hier bei Insa nur 19 Prozent. Und ich habe jetzt ja gesagt, und ich gehe auch fest davon aus, die Grünen werden über die nächsten Jahre wirklich die Volkspartei in Deutschland werden. Das ist ein ganz großes Problem, was uns alle richtig viel kosten wird. Mit Sozialneid, mit Umverteilung etc. pp. Macht euch drauf gefasst. Dann heißt es bei den Grünen nämlich, 21 Prozent. Okay, bedeutend weniger als hier bei der Forschungsgruppe Wahlen. Nichtsdestotrotz sehen wir, dass hier 21 Prozent in den Umfragewerten da sind. Da mag mir noch mal einer sagen, hey, die grüne Politik, die möchte niemand in Deutschland. Wir sehen doch, dass hier ein Fünftel, 21 Prozent, diese Politik, wie Habeck sie macht. Energie sparen, hier nicht mehr Gas einkaufen, hier ist böse, da ist schlecht, das machen wir nicht. Hier Entbehrung etc. pp. Und wir müssen hier wieder umverteilen. Dass das offensichtlich in der Bevölkerung, zumindest bei einem gewissen Teil, gut ankommt. Und das macht mir wirklich große Angst. Relativ stark ist hier die FDP, 9,5 Prozent. Linke wäre hier raus aus dem Bundestag mit 4 Prozent. Und 11 Prozent bei der AfD. Sonstige der Vollständigkeit halber 7,5 Prozent. Aber, und das ist genau meine Befürchtung, das, was ich euch ja vor Wochen und Monaten gesagt habe, wir werden in eine weitere Krisensituation kommen, beziehungsweise werden in der aktuellen bleiben. Und so heißt es dann nämlich hier, stehen vor historischer Herausforderung. Kanzler schwört uns auf lange Teuerphase ein. Wir werden also jetzt schon, merkt ihr das, vor ein paar Wochen war ja der Tunus alles noch anders. Ja, das ist ja nur kurzfristig. Wir müssen jetzt ein bisschen Pobacken zusammenkneifen. Erinnert euch zwei Jahre zurück. Das ist das gleiche Szenario, was hier passiert. Das Thema, die saudig durch das Dorf getrieben wird, ist einfach nur ein bisschen was anderes. Jetzt ist es hier Temperatur- beziehungsweise Energiepolitik. So, und dann, Kanzler schwört uns auf lange Teuerphase ein. Ja klar, wir werden Mangel erleben und wir werden gestiegene Preise hier erleben. Warum? Weil von der gesamten Amelkoalition nichts dagegen gemacht wird. Im Gegenteil, das Ganze wird extremisiert. Das Ganze wird unterstützt durch Maßnahmen, die aktuell aufgegriffen werden. Das ist unfassbar. Wir müssen uns darauf einstellen, dass sich diese Lage auf absehbare Zeit nicht ändern wird. Anders gesagt, wir stehen vor einer historischen Herausforderung. Und die Aussage ist so falsch, wie sie nur falsch sein kann. Dass sich die Lage auf absehbare Zeit nicht ändern wird. Ja gut, vielleicht ist es doch richtig ausgedrückt. Aber warum wird sie nicht ändern? Weil Robert Habeck und Kandidaten wie Olaf Scholz und andere aus der Ampelkoalition es nicht ändern werden und möchten. Das ist das Problem. Und das ist die große Frechheit, die aber wieder mal im Mainstream nicht ankommt. Dementsprechend, Freunde, toll ist dieses Video auf jeden Fall. Gerade, dass diese erste Nachricht bezüglich der Wohnungsgesellschaft oder Genossenschaft da auch bekannt wird. Dass das kein Fake ist, sondern wirklich Realität. Dementsprechend Daumen hoch, subjektiv das Video. Abonniert gerne den Kanal hier, wenn ihr neu seid. Haut rein bis zum nächsten und ciao.